Du willst auch ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, aber mal ehrlich, wie viel muss man denn eigentlich dafür verdienen, um sich das mittlerweile leisten zu können? Ich bin jetzt hier mal in meiner Heimat bei Heidelberg am Suchen in ImmoScout und wenn wir jetzt mal schauen, im Endeffekt gehen hier Häuser bei rund 400.000 Euro los und das Ganze unrenoviert. Und jetzt natürlich Heidelberg ist jetzt auch keine günstige Region, aber so geht es eigentlich mittlerweile allen Ballungsregionen in Deutschland. Daher wollen wir heute mal klären, wie ist das denn eigentlich finanzierbar, wie viel müsste aus Sicht der Bank verdienen und wir sollten ja auch dabei irgendwie Reparaturen und Sanierung berücksichtigen und dementsprechend rechnen wir heute mal mit 5.000 Euro Darlehen diesen Fall für euch durch. Ja, hi, mein Name ist Thorsten und wir bei dem Investment unterstützen euch dabei, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen und vor allem teure Fehler zu vermeiden. Ich habe selbst mehrere Jahre in einer Bank gearbeitet und möchte euch heute einmal näher bringen, wie denn die Bank tickt, wenn ihr euch ein Eigentum oder ein Haus oder Wohnung finanzieren möchtet. Wichtig zu verstehen ist dabei immer, dass die Bank versucht, das Risiko hinter einem solchen Darlehen zu verstehen. Vorweg ein wichtiger Hinweis deshalb. Jede Situation ist sehr individuell. Ich möchte euch aber hier heute wichtige Daumenregeln an die Hand geben, was ihr bei der Finanzierung unbedingt beachten solltet. Beginnen wir erst mal mit der Frage, wie viel müsst ihr denn monatlich eigentlich an die Bank zahlen? Das, was ihr übrigens monatlich an die Bank zahlt, nennt sich Annuität. Und wenn wir das mal konkret für ein Darlehen anschauen, setzt sich diese Annuität folgendermaßen zusammen. Die Annuität, also die monatliche Zahlung an die Bank, setzt sich zusammen aus einerseits dem Zins, das sind die Kosten für das Darlehen, und andererseits die Tilgung, das wäre dann die Rückzahlung des Darlehens. An der Stelle müssen wir uns jetzt anschauen, wie hoch ist denn der Zins? Aktuell können wir mit ca. 3,5 bis 4% Zinsen rechnen, je nachdem, was ihr für ein Objekt habt, wie viel Eigenkapital ihr mit einbringt und gegebenenfalls, ob ihr noch Sonderrisiken habt, wie vielleicht anstatt einem Beamtentum oder Angestelltentum eine selbstständige Tätigkeit. Die Zinsen sind zuletzt sehr stark gestiegen. Wir hatten bis vor ca. 2 Jahren noch ein Zinsniveau von teilweise unter 1%. Mittlerweile teilweise über 4%. Irgendwo, je nachdem, wie lange dann auch wieder eure Zinsbindung liegt, liegen wir zwischen 3,5 und 4% aktuell. An der Stelle einmal der Hinweis, die Zinsen sind gestiegen und ja, das macht natürlich das Kaufen von Immobilien mittlerweile auch teurer oder die Belastung steigt. Was man aber verstehen muss ist, dass zwischen diesem Zinsanstieg auch ein klarer Zusammenhang besteht mit den Kaufpreisen für Immobilien. Wenn wir uns einmal den Preisindex anschauen, sehen wir auch hier, dass im Endeffekt Immobilien im letzten Jahr gerade Einfamilienhäuser um teilweise bis zu 15 oder auch 20% gerade in schwächeren Regionen gefallen sind. Und hier hängt eben Zinsentwicklung auch eng mit den Kaufpreisen zusammen. Der zweite Einflussfaktor ist dann eben die Tilgung, also die Rückführung des Darlehens. In der Regel möchte hier die Bank 2% zählen. Hier einmal eine Tabelle aus der Zusammensetzung Tilgung, Zins und der Laufzeit des Darlehens. Einmal mit der Tilgung 1%, dann 2%, 4% und 10%. Angenommen, ihr würdet nur 1% von eurem Darlehen zurückbezahlen jedes Jahr, dann würde die Darlehenslaufzeit mit einem Zins von 4% knapp 40 Jahre benötigen. Habt ihr 2% Tilgung, sind wir bei ca. 27 Jahren, bei 4% Tilgung nur noch bei 17 Jahren. Und wenn ihr sogar 10% jedes Jahr tilgen würdet, werdet ihr sogar deutlich unter 10 Jahren, etwa bei ca. 8,4 Jahren. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie alt ihr heute seid und auch wie groß das Darlehen am Ende des Tages ist. Aber in der Regel erwartet die Bank eine Tilgung von rund 2%. Also eine Rückführung des Darlehens unter 30 Jahren, ganz konkret hier knapp 27,5 Jahre in dem Beispiel. Kommen wir zu dem konkreten Darlehensbetrag von 500.000 Euro für unser Haus. Wie berechnet sich denn jetzt die Annuität an der Stelle? Wir haben also 4% Zinsen, 2% Tilgung. Das bedeutet, die Gesamtannuität pro Jahr, also per Annu, liegt bei 6%. Was bedeutet das denn jetzt aber eigentlich monatlich in Euro für euch in Belastung? Ganz einfach. Wir nehmen einmal die Darlehenssumme, multiplizieren diese mit der Annuität und teilen, weil es eine monatliche Zahlung Belastung darstellt, durch 12. Wir haben 500.000 Euro Darlehen, 6% Annuität. Das teilen wir dann durch 12, also durch 12 Monate, um auf die monatliche Belastung zu kommen und erhalten damit 2.500 Euro Rückzahlung an die Bank monatlich. So, was muss man denn jetzt verdienen, um diesen 500.000 Euro Kredit aus Sicht der Bank zu bekommen? Die Bank macht an der Stelle eine Haushaltsrechnung und schaut sich also an, okay, welche Einnahmen habt ihr einerseits und welche Ausgaben habt ihr da, um einfach zu sehen, okay, was bleibt denn bei euch regelmäßig am Ende des Monats übrig? An der Stelle einmal der Hinweis. Jede Bank hat hier allerdings gewisse andere Annahmen. Also kann es passieren, dass aufgrund unterschiedlicher Pauschalen, beispielsweise für eure regelmäßigen Ausgaben, dann natürlich für die Berechnung des Darlehens, aber auch für Nebenkosten und Rücklagen, die ihr tätigen solltet, ja, verschiedene Banken einfach unterschiedliche Parameter unterstellen und es einfach deshalb dazu führen kann, dass der eine Überschuss von der einen Bank anders aussieht für euch als bei einer anderen Bank und ihr deswegen teilweise auch bei Bank A zum Beispiel keinen Kredit bekommt. Bank B aber sagt, ja, das passt. Und alleine hierbei sieht man jetzt schon, wir können hier einmal ein paar Zahlen drunter legen, dass wirklich diese Pauschalen, die die Bank unterstellt, am Ende des Tages häufig entscheidend ist, ob ihr das Darlehen bekommt oder nicht. Wir haben jetzt hier mal angenommen 4.500 Euro Gehalt. Davon pauschale Ausgaben, da ist dann sowas dabei wie Lebenshaltungskosten, wie das eigene Kfz, wie Versicherungsbeiträge. Die Annuität, die haben wir vorhin berechnet, 2.500 Euro und in dem Fall 400 Euro Nebenkosten und Rücklage. Je nach Bank werden hier neben den Nebenkosten, also für Elektrizität, Wasser, Heizung, eben auch Sanierungsrücklagen erwartet, häufig 1 bis 2 Euro pro Monat je Quadratmeter. Und in dem Fall kämen wir jetzt eben auf 200 Euro Überschuss. Aber Achtung, das ist ja die Sicht der Bank. Die Bank sagt also in dem Moment, ja, in dem Fall, wir würden euch das Darlehen 500.000 Euro für das Haus geben. Aber an der Stelle bitte Achtung. Man sollte sich auch fragen, nur weil mir der Bank ein Darlehen gibt, ja, das ist eigentlich für euch erstmal völlig egal. Weil ihr solltet euch gut überlegen, ob ihr tatsächlich mit der entsprechenden Rate jeden Monat leben könnt. Also ob ihr euch das wirklich leisten könnt. Und da ist am Ende wirklich egal, was die Bank sagt, ihr müsst euch das leisten können. Weil eine Immobilie ist schön, ja, und die Leute sind auch sehr froh, in der eigenen Immobilie leben zu können. Aber schaut, dass ihr trotzdem noch in den Urlaub fahren könnt. Ja, oder gewisse andere Dinge erledigen könnt. Weil die 200 Euro, die wir jetzt beispielsweise hier ausgerechnet haben, ist das wirklich der echte Überschuss. Man sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall sich auch Gedanken darüber machen, was es denn vielleicht noch an eher unregelmäßigen Ausgaben gibt. Ja, also Urlaube, Geschenke, Hobbys. Was passiert, wenn ihr den Job wechseln wollt? Oder seid ihr denn wirklich in diesem Hamsterrad gefangen? Mal ganz abgesehen von langfristigen anderen Investitionen, die ihr neben dem Eigenheim auch tätigen solltet. Also beispielsweise eine eigene Altersvorsorge, ja. Oder auch dann für das Haus ganz speziell, alle 30 bis 40 Jahre fallen einfach größere Sanierungen an. Sei es die Heizung, sei es das Dach. Auch hierfür solltet ihr spezielle Rücklagen bilden können. Weil ansonsten wird das Eigenheim schnell zu einem kleinen Horror. Was ist nun eine gesunde monatliche Rate an die Bank? Oder was ist eine gesunde Verschuldung, die ihr euch wirklich leisten könnt? Wir bleiben bei dem Beispiel 500.000 Euro Darlehen, was wiederum bedeutet 2.500 Euro monatliche Rate an die Bank. Wo ihr wirklich aufpassen solltet, ist, wenn die Rate mehr als 50% eures Einkommens ausmacht. Also in dem Beispiel hier, ihr verdient gerade mal zusammen 5.000 Euro monatliches Nettoeinkommen und 2.500 Euro gegenüber gehen an die Bank. Warum ist das ungesund? Wie gesagt, bedenkt bitte Themen Urlaube, Jobwechsel, vielleicht auch mal eine Kündigung. Ja, ihr wollt ja trotzdem noch Luft zum Atmen haben. Wann wird es schon besser, wenn die Rate ca. 40% ausmacht? In dem Beispiel 6.250 Euro. Und wann kann man wirklich von einer gesunden Verschuldung reden? Bei ca. 30% des Einkommens. Allerdings würde jetzt in dem Fall von dem einfachen Einfamilienhaus für 500.000 Euro, das bedeuten, dass ihr zusammen oder du auch jedenfalls alleine als Darlehenskreditnehmer, mehr als 8.000 Euro monatlich netto verdienen müsst. Und das verdienen nicht viele Leute. Deshalb ist es eben so wichtig, sich zu überlegen, okay, wie viel Kredit kann man sich wirklich langfristig leisten, ohne dann unruhig nachts schlafen zu können. Ja, wenn dir das Video bis hierhin bereits gefallen hat, lass gerne ein Like teil. Schreib mir auch gerne deine Meinung in die Kommentare. Was du denkst, ist eine gesunde Rate im Monat und wie viel kann man sich da wirklich für leisten? Und wenn du Freunde hast, die auch gerade nach einer Finanzierung suchen, teile gerne mit denen das Video. Jetzt in unserem Beispiel ist natürlich das Problem, dass, wie gesagt, mittlerweile in Ballungszentren ein Haus immer um die ca. 400.000 bis 500.000 Euro kostet. Was können wir also tun, um jetzt hier die Rate erträglicher zu gestalten und wirklich sicherzustellen, dass es eine gesunde Verschuldung darstellt? Das Thema an der Stelle ist, dass man schauen muss, okay, wie kann man denn jetzt die Annuität reduzieren? Also die Belastung, die man jeden Monat zu tragen hat, wie kann man die runterbringen? Da gibt es im Endeffekt verschiedene Stellschrauben. Das Einkommen ist natürlich jetzt einerseits eine Stellschraube. Ihr könnt also versuchen, einerseits mehr zu verdienen. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch schauen, dass man weniger Darlehen aufnehmen muss. Wie macht man das? In dem Moment, wo man zum Beispiel mehr Kapital einbringt, in dem Moment eigenes Kapital, kann man das Risiko für die Bank reduzieren. Das heißt, das Darlehen wird einerseits geringer, der Zins wird aber auch besser. Das bedeutet, ihr habt einerseits eine geringere Rückzahlung, also der Betrag ist einfach nicht mehr 500.000 Euro zum Beispiel, anstattdessen 450.000 Euro und dadurch, dass einfach das Risiko für die Bank besser wird, ist jetzt auch der Zins nicht mehr 4%, sondern vielleicht 3,7%. Und diese beiden Faktoren ermöglichen euch natürlich einfach in dem Moment eine geringere Rate zu haben. Das bedeutet, je höher euer Eigenkapitalansatz ist, desto geringer das Risiko für die Bank und desto niedriger auch der Zins. Also die Frage, wie viel Eigenkapital sollte man denn mindestens mitbringen? Und da wäre die Empfehlung, und das werden auch die allermeisten Banken fordern, mindestens die Kaufnebenkosten aus eigener Tasche aufzubringen. Was sind die sogenannten Kaufnebenkosten? Das ist einerseits Kosten für Notar, für die Grundbucheintragung und für die Grunderwerbsteuer. Teilweise noch eine Maklerprovision, wenn ihr das Objekt nicht provisionsfrei kaufen könnt. Das sind also in der Regel auch nochmal zwischen 10 und 15% des Kaufpreises. Also, wenn das Haus jetzt beispielsweise 500.000 Euro kostet, würde die Bank erwarten, dass sie mal mindestens 50.000 bis 75.000 Euro mitbringt aus eigener Tasche. Idealerweise eben noch mehr, um dann einen besseren Zins zu bekommen und das Risiko für die Bank in dem Moment zu reduzieren. Es wird also immer schwieriger momentan, Immobilien zu finanzieren. Aber es gibt auch noch weitere Einflussfaktoren, die man hierbei berücksichtigen sollte. Mit steigenden Preisen ist es also so, dass das Eigenheim immer teurer wird. Aber warum ist das denn eigentlich so? Immobilien werden auch sehr, sehr gerne als Kapitalanlage genutzt und sind in Deutschland sehr interessant, da es eben diverse steuerliche Vorteile gibt, wenn man Wohnraum zur Verfügung stellt. Schaut euch deshalb auch unbedingt mal das andere Video von uns an. Wir verlinken euch das hier euch gerne nebenbei und beginnt euch mal damit zu beschäftigen, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, erst eine Immobilie zur Kapitalanlage zu kaufen, bevor es an das Eigenheim geht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder Like da. Das würde mich sehr freuen.